In diesem Video mit dem Titel Hörbeeinträchtigungen erfahren, stellen eine weibliche und eine männliche Person anhand von akustischen Beispielen vor, wie sich verschiedene Hörbeeinträchtigungen anhören können. Der Sprechertext ist dadurch teilweise schlecht oder gar nicht zu verstehen. Daher liegt der gesprochene Text zu dem Video als separates Dokument bei. Hörbeeinträchtigungen können Betroffene vor ganz besondere Herausforderungen stellen. Gerade weil Hörbeeinträchtigungen für Außenstehende nicht so offensichtlich sind, wie etwa Mobilitätseinschränkungen, möchten wir auf die Schwierigkeiten hinweisen, die diese mit sich bringen. Anhand von vier Beispielen geben wir Ihnen nun einen kurzen Einblick oder besser ein Einhören in unterschiedliche Formen von Hörbeeinträchtigungen. Beispiel Tieftonschwerhörigkeit. Bei der Tieftonschwerhörigkeit sind Frequenzen unterhalb von 2000 Hertz kaum oder nur schwach wahrnehmbar. Dies lässt sich besser mit einer Männerstimme verdeutlichen. In Bereichen unter 2000 Hertz finden wir den Hauptanteil von Frequenzen von Stimmen und Musik. Zwar sind Stimmen auch nur mit höheren Frequenzanteilen verständlich, allerdings viel leiser und schwerer von Nebengeräuschen zu unterscheiden, da der Gesamtschalldruck hier viel geringer ist. Beispiel Hochton-Schwerhörigkeit. Auch eine Hochton-Schwerhörigkeit führt zu erheblichen Verständnisschwierigkeiten. Vor allem hohe Frauen- und Kinderstimmen oder Konsonanten, die anhand von Pfeif, Pfeif und Haustlauten unterscheidbar werden, sind ohne die Obertonen im hohen Frequenzsektrum kaum zu verstehen. Beispiel Tinnitus. Der Tinnitus kann sich durch ein Pfeifen, Rauschen, Klopfen oder auch anders bemerkbar machen. Er kann ganz bestimmte Frequenzen komplett überlagern und führt neben ständiger Belastung eben auch zu Problemen der Wahrnehmung der Umgebung. Beispiel Schallleitungsstörung. Die Schallleitungsstörung verringert die Hörleistung ganz allgemein bei allen Frequenzen. Alle Geräusche werden viel leiser wahrgenommen. Besonders in anstrengenden oder unruhigen Umgebungen oder bei Erfordernis von großer Konzentration können all diese Beeinträchtigungen erhebliche Auswirkungen auf die Betroffenen haben. Auch Hörhilfen können hier nur bedingt Abhilfe schaffen. Die Fähigkeit des selektiven Hörens, das vor allem in Gruppengesprächen wichtige Inhalte hervorhebt, ist mit einer Hörbeeinträchtigung stark geschwächt. Um Inhalte von Videos für Menschen mit Hörbeeinträchtigung verständlicher zu machen, sollte man daher Untertitel erstellen. Aber auch wenn man keine Hörbeeinträchtigung hat, können Untertitel hilfreich sein. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in einem Zug und haben keine Kopfhörer dabei, möchten aber ein Video schauen. Oder Sie denken, dass Sie ein Video schauen wollen, das nicht auf Ihrem materiellen Hörbchen ist. In diesem Fall brauchen Sie die Untertitel. Dieses Video wurde produziert von Studium Digitale, der zentralen e-learning-einrichtung der Goethe-Universität im Rahmen des Projekts Digital gestütztes Lehren und Lernen in Hessen. Verweise zu den benutzten Quellen finden Sie im beigelegten Dokument.